sie skandler 1, 2, 3, das ist scheiße. 4, 5, ok. 1, 2, das war blöd. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt durchschießen. Ich mache hier ein Portal, ich mache hier ein Portal. Und dann mache ich hier ein Portal. Ähm. Ähm. Natürlich nicht. Okay, nochmal versuchen. Ducken. Da gibt es überall. Okay. Okay. Speiern. Gut. Nochmal laden. Das war zu früh. Das war blöd. Gut. Und noch ein Versuch. Okay. Okay. Das war auch wieder nichts. Ei, 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 ei. Theoretisch gesehen funktioniert es. Praktisch habe ich noch ein Problem. Okay. Bleibst du da stehen? Nein, du bleibst nicht stehen. Wo? Wo? Speiern. Das ist einfach nur fies. Ähm. Und natürlich wieder Kampfroboter. Und natürlich wieder Kampfroboter. Ähm. Hat nicht geklappt. Hallo. Ist der da? Noch jemand da? Sehr schön. Hä? 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 Das Mayor wird aufgelistet. Alles gut. Ehm. Ich muss. Einen Schalter benötigen. Und was macht dieser Schalter? Er schaltet für ewig irgendwas ein. Na gut. Nein, ich muss... Da bin ich hergekommen. Genau, ich muss im Boden runter. Aber was ist da? Der Anfang. Und jetzt? Und jetzt haben wir das schon geschafft. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Für da oben. Da hat es irgendwas freigeschaltet. Man sieht es hier schon blau leuchten. Ja, komm her. Ja, komm her. Sonst gibt es hier nichts mehr. Nein. Okay. Das ist schon ziemlich fies, dass man das in der Decke suchen muss. Und ich hab einen Würfel. Ähm... Ich geh auch nicht. Gut. Ähm... Da bist du. Ich geh auch nicht mehr. Fahre runter. Scheibenkleister. Das geht nicht. Ich geh auch nicht mehr. 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 Einfach. Deswegen speichern wir hier. Und verschieben das auf die nächsten Parts. Denn ich muss noch ein paar Folgen von Vampire aufnehmen. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Schöne Nacht noch. Danke fürs Zusehen. Servus. 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 Servus.